Diese Michael Wendler und Laura Müller News schockieren gerade alle. Das Internet kocht, wir müssen reden. Einmal vorweg, Leute, heute ist nicht der 1. April, was es umso seltsamer macht, dass dieser Post tatsächlich bei RTL2 auf dein Instagram-Account online ging. Und jetzt fragt ihr euch Unico, was kann denn RTL2 über Laura Müller und Michael Wendler gepostet haben, das alle so sehr schockiert. Unter dem geteilten Bild der beiden stand nämlich Folgendes. Schlagerstein Michael Wendler hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, allerdings nicht mit seiner Musik. Doch jetzt soll alles anders werden, denn er und seine Frau Laura erwarten erstmals Nachwuchs. Wir werden die Schwangerschaft und die Geburt exklusiv begleiten und die neue Sokushobe noch in diesem Jahr ins TV bringen. Ach, ihr habt tatsächlich richtig gehört, RTL2 kündigt ernsthaft eine neue Trash-Sendung mit Michael Wendler und Laura Müller an, trotz allem, was er so angestellt hatte. Geld regiert die Welt. Was denkt ihr denn zu dem Ganzen? Schreibt mir eure Meinung jetzt gerne unten in die Kommentare und seid gerne ehrlich, denn noch wissen wir nicht, wo ihr wohnt.